Was ist das? Gleich noch einmal Macht hinzugewonnen. Kannst einen gewaltigen Warnertrank trinken. Und wir speichern. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Da oben waren wir noch nicht komplett. Hier haben wir aber soweit alles durch. Wir können dann nochmal nach unten. Und dann treffen wir uns unten wahrscheinlich. Ich gehe auch erstmal nach unten. Sicher ist sicher, dann sind wir da durch. Hier ist nichts. Ach. Das ist ja nie sowas. Ach, zum Auffüllen hier. Warum nicht? Oh. Okay, die haben nur darauf gewartet. Ja, dann kommt her. Wo ist Melina hin? Oh, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, die wäre jetzt ganz weg. So, da ist sie wieder. Puh. Okay. Euch kriegen wir so erledigt. Da muss ich gar nicht viel machen. Ich fühle dich stärker. Ich töte dich. Ja, erst mal den rechten hier. Und jetzt seid ihr dran. Schuss. Feuerlanze oder Feuerbalze. Ouch. Genau das habe ich mir gedacht. Ja, jetzt kommt der andere bestimmt ran. Und dich will ich auch weg haben. Sehr schön. Drachenstiefel. Immerhin. Gut, aber hier war nichts weiter. Und wir konnten auch nicht nach Süden gehen. Deswegen gehe ich da jetzt trotzdem noch mal hin. Einfach nur, damit ich sicher sein kann, dass wir uns das geholt haben. Was auch immer dort ist. Dass wir das entdeckt haben. So rum. Ei, ei, ei. Ach so. Ne, hier waren wir schon. Den gehen wir jetzt... ...dort entlang. ...Richtung Eingang. Aber auf die andere Seite. Hier wartet doch schon... ...irgendwas auf uns. Du bist nur verwirrt. Und das scheint auch wieder ein... ...Dingsbums zu sein. Ich sehe kaum was. Okay, da sind die ganzen Augen. Dann kümmere ich mich um dich. Danach mache ich das Licht wieder an. Oh, ich sehe wieder was. Wie schön. Treffer. Treffer. Okay, euch beide muss ich fertig machen. Euch beide muss ich loswerden. Was ist mit dir? Nur verwirrt. Nur verwirrt. Okay. Heilung rein. Okay, sehr schön. Auch er ist wieder weg. Da ist nix. Und hier ist ein Pass. Mit einer violetten Flüssigkeit. Das war Glück. Ausgezeichnet. Auch hier wieder freigeschaltet. Und eine Truhe gewonnen. Mit ein paar Tränken. Das ist in Ordnung. Auch wenn ich sie im Moment nicht brauche. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Valuabel. Dunkelblau. Dunkelblau. Oh, dunkelblau. Weiß war Wahrnehmung. Dann war dunkelblau. Magie. Ja. Da freut sich Rast ja genauso wie ich. Dann gucken wir hier noch rein. Rasten muss ich nicht. Wir speichern einfach. Und weiter geht's. Halt. Das Feld muss mit. Da ist nämlich was drin. Wasser fließt frei. Ist auch total praktisch. Falls unsere gute Rast ja mal wieder irgendwas abbekommt. Was wir nicht heilen können. Dunkelabwendung. Die Gruppe fühlt sich gesegnet. Auch wenn ich die zaubern kann. Aber die hält ja doch ein bisschen länger. So, ich werde jetzt auch im Dunkeln erstmal kurz lang wandern. Wo wollte ich denn jetzt hin? Achso, oben rechts. Genau. Ein neuer Tag bricht an. Mit dieser Dunkelabwendung müssten wir eigentlich gegen den Gesichtslosen richtig gute Chancen haben. Wir werden uns da noch ein paar Schilder reindrücken. Okay, hier sind wieder Feinde in der Nähe. Speichern. Sicher ist sicher ist sicher. Okay, von hinten kommen sie aber nicht. Das ist top. Schutzschild rein. Schutzschild rein. Genau. Kommt mal her. Ja, solange keiner versteinert wird, ist mir das alles egal. Tot. Dann der nächste Dunkelprophet. Autsch. Was ist... Oh, du bist ein Elite-Dunkelprophet. Okay. Aber wir müssen uns trotzdem erstmal um den kümmern und dann bist du dran. Kein Schaden? Finde ich gut. Nein. Nein. Sehr gut. Wir sind einfach teilweise wirklich unschlagbar. Es gibt auch garantiert bessere Mittelchen, um gegen die zu kämpfen, aber... Aber ist nicht mehr verwirrt. Ups, jetzt haben wir uns das wieder runtergenommen, aber ist nicht schlimm. Du brauchst bloß mal Mana. Hier ist keiner. Warum ist hier keiner? Warum will mir das nicht gefallen? Die kommen. Sie kommen. Oder auch nicht. Cathal, Stufe 2. Hier ist niemand unterwegs. Okay. Dann... Mach noch mal eine Dunkelabwendung rein. Obwohl wir das Licht schon anhaben, ist es doch ziemlich dunkel hier. Oh Gott, die kommen gleich wieder von allen Seiten. Oder auch von der Seite. Das ist nicht in Ordnung, weil die jetzt auch von hinten kommen. Und um die müssen wir uns wahrscheinlich auch zuerst kümmern. Okay. Heilung auf Ava. Oh, nicht gut. Nicht gut. Und wir treffen auch nicht mehr. Oh ja, bleib bitte down. Du trinkst jetzt einfach mal einen großen Heiltrank. Und dann geht's auf den nächsten. Ich muss erstmal die loswerden, die hier hinter uns kloppen. Die sind ja furchtbar. Ja, natürlich fühlst du dich schwach. Genau. Geht auf jemand anders als Rassia. Das ist in Ordnung. Level up für Melina. Ja, ausweichen hätte ich dich schon höher bringen können als bei Ausdauer. Das ist mir eigentlich nicht so lieb, aber gut. Was wäre sonst noch? Mystic. Hm, ne. Bestätigen. Du bekommst dazu. Geist ist schon gut. Vitalität. Glück. So. Ups. Okay. Eigentlich müsstest du mal die Magie aufheben. Egal, ob wir damit die Regeneration wieder weghauen. Zauber. Magie aufheben. Halt dich selber. Sehr schön. Jetzt können wir abhauen. Die müssen erstmal näher kommen. Wir machen Licht an. Wir machen eine Steinhaut rein. Wir machen uns ein Schild. Und dann kann's losgehen. Erstmal du hier, mein Freund. Oh Gott, nee. Aber hätte es fast wieder geklappt, dass sie tot war. Aber nein. Wir haben es überstanden. Gut. Speichern. Angenehme Kämpfe. Wirklich. Also trotzdem wir manchmal natürlich da sitzen und ich doch wieder neu lade. Ist es sehr angenehm. Das ist mir unangenehm. Das ist ein Ort, zu dem ich noch nicht hin will. Wir gehen erstmal hier hoch. Genau deswegen. Hier gibt's doch bestimmt überall noch was. Schöner Mechanismus. Lindwurm-Ausrüstung. Ist die wenigstens leicht? Natürlich nicht. 30 Angriffswert geht weg. Genau. Wie ist eigentlich dein Angriffswert? Nahkampf. Äh, ich muss mal deine Rüstung sehen. Abweichen Rüstungswert. Attribute Widerstand Nahkampf. Schaden. 289, 327. 289, 327. 289, 327. Ist genau gleich. Magischer Angriff, Fernkampf, Kritschance 23, Schwerthand 143. Ja, wegen 5 Punkten. Da gucke ich jetzt wirklich nicht drauf. Ups. Dankeschön. War das eben eine superschöne Waffe für Ava? Drachenknochen, Streitkolben. 60 bis 72. Anfänger beidhändig, aber Meister in Streitkolben. Ist klar. Wahrscheinlichkeit von 12% schlafend. Ne, das Schlafend bringt dann doch mehr. Ich habe vorhin bei Doreen ja auch noch den Fehler gemacht, dass ich ihm ausgerechnet etwas genommen habe, das den Gegner eingeschläfert hätte oder betäubt hätte oder was auch immer. Hätte ich nicht machen dürfen. Okay, wir gehen jetzt über die Brücke. Und haben noch nicht mal viel von Stufe 2 entdeckt. Hinter uns auch noch. Tatsache. Juhu. Ähm. Okay, wir machen den von Weitem down. Ähm. Du heilst schon mal Ava hoch. Der nimmt uns die Zauber runter, merke ich gerade. Gut, dann schieß ihn weg. Schieß ihn über den Haufen. Oder auch nicht. Oder die nehmen die weg. Ich weiß es nicht. Eine Heilung auf Melena. Autsch, was war das denn? F. Erstmal. Magie aufheben. Heilung hinterher. Schuss. Keine Sorge, du stirbst nicht. Denn der ist schon mal weg. Super. Ja, ja, verwirrt uns ruhig. Jetzt kann es nämlich losgehen. Jetzt geht die Party richtig ab, meine Lieben. Ich will dich töten. Und? Geschafft. So schnell kann es gehen. Hier geht es auch noch lang. Mach mal Licht. Ich sehe hier gar nicht, wo wir hingehen. Ach, hier oben. Wasser fließt frei. Wieder mal. Na, sehr schön. So, und dann müssen wir bloß noch über diese Brücke. Wer weiß, was hier wieder auf uns lauert. Deswegen speichern wir einfach mal ab. Ähm, du darfst nochmal die Magie aufheben. Darfst einen Mana-Trank trinken. Und du einen Lebenstrank. Noch einmal speichern. Und dann gehen wir weiter. Hier geht es auch lang. Und es gibt immer wieder was Schönes. Das gefällt mir. Weiße Flüssigkeit. Wahrnehmung. Und was haben wir hier? Hier wohnt doch jemand. Oh, ich sehe schon, was da für eine Mana auf uns wartet. Wir speichern. Vielleicht hätte ich auch einfach mitten durchgehen sollen. Ja, das ist in Ordnung. Wir warten hier. Schmeiß dir eine Steinhaut. Schmeiß ein Schild. Dann machst du noch eine Dunkelabwendung. Und auf geht's. Ach, da ist auch einer. Warum konnte ich da nicht hingehen? Gut, der eine ist down. Dann bist du dran. Dunkel Magier. Oder Dunkel Prophet. Heilung. Jo. Massenheilung raus. Und erstmal auf die Chakram-Tänzerin. Jetzt wieder auf den Magier. Feuerschwall bringt nicht so viel. Heilung. Wow, 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 wow. Ganz viel Heilung hinterher. Okay. Sehr schön. Jetzt seid nur noch ihr, meine Lieben. Na komm. Letzter Angriff. Wir brauchen eine Weile, bis das lädt, was da alles durchrattert. Ist doch ziemlich viel passiert, kann da sein? Hallo? Hallo? Oh nein. Oh nein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Irgendeiner war doch noch nicht dran, oder was? Er macht einfach nix. Option, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hm. Okay, es sieht so aus, als müsste ich noch einmal laden und das den Kampf noch einmal machen. Wir sehen uns gleich wieder.